Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer. Ich habe jetzt das große Glück und die Ehre, dass ich einen deutschen Entwickler bei mir quasi im Discord habe und ein wenig mit ihm quatschen kann. Ich darf den Felix Klein begrüßen, der arbeitet bei den Radical Fish Labs und die haben jetzt vor kurzem ein Spiel gemacht namens Crosscode. Unser lieber Herr DK war der Beta-Tester, der hat mich so ein bisschen drauf hingestoßen, darauf hingewiesen auf dieses Spiel. Felix, herzlichen Glückwunsch jetzt erstmal, dass das Spiel fertig ist und vielen Dank natürlich, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir zu quatschen. Wie ist denn jetzt so das Gefühl, wenn man mit so einem Spiel fertig wird? Ist es so eine große Last, die einem da vom Rücken fällt oder ist es dann auch so vielleicht so ein bisschen Depression, weil das Baby jetzt quasi das Haus verlassen hat? Uff, hallo erstmal und ja, die Entwicklung liefert schon über sehr lange Zeit und die Sache ist, wenn das Spiel jetzt fertig ist, in einer guten Woche ist es nicht komplett abgeschlossen. Weil das ist ja heutzutage, wie oft so mitspielen, dass wenn man es einmal raus hat, kommen erstmal noch eine Weile noch Updates, wo man natürlich gerade das Zeug raushaut. Wir haben halt einige Sachen versprochen, die man auch wirklich einlösen müssen, sowas wie New Game Plus. Und dann haben wir natürlich noch eine lange Liste von Ideen, die wir auch gerne umsetzen wollen und je nachdem, wie es dann läuft, machen wir dann halt eventuell noch DLCs. Das heißt, es ist noch nicht komplett vorbei. Trotzdem ist es natürlich quasi so der größte Milestone, auf den man hinarbeitet und man liest halt viel, dass danach so diese Leere kommt. Ich kann halt momentan auch schwer sagen, wie das für uns dann genau aussehen wird, aber momentan ist alles auf jeden Fall noch sehr spannend. Jetzt erklär vielleicht mal so ein bisschen kurz, was ist denn CrossCode? Für die Leute, die es da draußen eventuell nicht kennen, was für eine Art von Spiel ist das? CrossCode ist ein Action-Rollenspiel. Es kombiniert allerdings auch sehr viele Aspekte von mehr so Puzzle-lastigen Spielen wie Zelda. Also hat sehr diesen Action-Adventure-Aspekt auch. Im Prinzip hat er versucht einfach, diese Rollenspielelemente mit Puzzle-Elementen zu verbinden. Und das halt mit einer Puzzle-Mechanik, die so ähnlich ist wie das Eierwerfen von Yoshi's Island. Deswegen auch so eine Mischung aus Yoshi's Island, Secret of Mana, Kingdom Hearts und ein bisschen Devil May Cry auch noch reingemischten solche Sachen. Das ist halt ein ganz komischer, also nicht komplett komisch, aber es ist in der Praxis erstaunlich wenig, dass man wirklich Puzzle und richtige Rollenspiele kombiniert hat. Ich meine, Lufia hat das zum Beispiel gemacht, aber Lufia war mehr so ein rundenbasiertes Spiel. Wir haben halt ein Action-Kampf-System. Ich sehe schon, das schwingt auch bei dir sehr viel Nostalgie mit für Titel, die man von früher noch kennt und so und diverse Inspirationen. Ihr habt euch ja auch für einen Pixel-Look entschieden. Stand denn jemals zur Debatte, einen anderen Look zu haben oder war das von Anfang an so, hey, wir machen sowas, das diesen typischen Retro-Charme hat? Nun, fast alle unsere Entwickler kommen aus der RPG-Maker-Community, muss man dazu sagen. Deswegen kommt auch immer oft so diese Meinung, dass CrossCode eigentlich mit einem RPG-Maker gemacht wurde, was nicht der Fall ist. Aber dass der Stil halt danach aussieht, kommt im Wesentlichen daher, dass wir alle aus dieser Community kommen. Wir haben halt früher RPG-Maker-Spiele gebastelt. Dieser Grafikstil, der liegt uns so gesehen im Blut, kann man sagen. Das heißt, wir haben sehr viel Erfahrung damit gesammelt und wir haben da mehr so eine Evolution aus diesem Stil für CrossCode übernommen, anstatt etwas komplett Neues zu machen. Also es sind ganz verschiedene Sachen. Ich meine, auf der einen Seite sind wir natürlich auch Fans von diesen alten Spielen, wir mögen diesen Grafikstil. Wir haben halt Erfahrung damit von der RPG-Maker-Zeit und dann, ja, es ist halt etwas, was heute auch noch populär ist. 3D-Grafik stand so gesehen nie wirklich jetzt so als Alternative auf dem Tisch. Also das war nie wirklich so groß ein Thema bei uns. Und wir wollten immer direkt Pixel abmachen eigentlich. Okay, worum geht es denn in der Story oder was ist die Story von CrossCode? Was für eine Geschichte erleben wir denn da? CrossCode ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du .hack noch kennst oder so etwas. Das sind halt diese alten Spiele, wo man quasi ein Spiel im Spiel hat. Das ist halt so ein bisschen Meta und ein verwirrender Anfang. Also man spielt einen Spieler oder eine Spielerin, die in einem MMO drin ist. Das Spiel selber ist halt Singleplayer, aber das Setting ist das von einem MMO. Das heißt, man ist halt in diesem Spiel drin. Man weiß nicht genau, warum man in diesem Spiel drin ist. Und man hat halt das Gedächtnis verloren. Also in dem Fall halt relativ klassisch, einige Elemente. Im Prinzip versucht man dann, man spielt halt das Spiel in einem Spiel, um sich versuchen, an das zu erinnern, was vorher war. Und ja, dadurch kommen halt einige Überraschungen raus. Das ist so grob die Idee von der Geschichte. Okay. Wie lange habt ihr denn jetzt an diesem Spiel gearbeitet? Wie viele Jahre deines Lebens hast du jetzt aufgegeben, sozusagen? Ich habe noch irgendwo die E-Mail rumhängen, als ich mir die Engine gekauft habe. Das Ganze hat damit angefangen, als ich mir damals die Impact GS Engine erworben habe, weil ich dann einfach ein Spiel in HTML5 machen wollte. Und daraus ist halt Obi-Crosscode gewachsen. Das war Ende 2011. Also Weihnachten 2011 war es tatsächlich. Ich habe aus irgendeinem Grund das direkt vor Weihnachten angefangen. Das habe ich komplett vergessen. Ja, das ist dann halt, da kamen halt schnell viele Leute dazu. Das war schon bereits 2012, wo die meisten, also ein guter Teil vom Team kam schon 2012 dazu. Und seitdem haben wir dann die ganze Zeit daran gearbeitet. Da gab es 2012 Ende schon eine erste Tech-Demo. Die wurde 2013 nochmal ein bisschen erweitert. Dann 2014 Ende gab es dann die große Demo, die die meisten RPG-Aspekte schon hatte und einen guten Teil der Features schon umgesetzt. Dann 2015 ging Crowdfunding los am Anfang, also so Februar bis April. April, das war ziemlich lange. Und dann bereits im Mai ging Early Access los. Das heißt, insgesamt hat das Spiel jetzt knapp sieben Jahre Entwicklung und schon fast dreieinhalb Jahre Early Access tatsächlich. Also gut drei Jahre Early Access. Wie viele Leute seid ihr bei Radical Fish? Insgesamt sind wir, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, ich sage immer so um die zwölf Leute. Ja. Das ist deshalb schwer zu sagen, weil wir halt so ein relativ flexibles Team sind. Und insofern, dass wir haben ein paar Leute, die wirklich Vollzeit daran arbeiten und viele, die Teilzeit mithelfen. Also sehr, sehr viel bei uns mit freiberuflicher Basis. Je nachdem wird immer dazu gearbeitet, wenn gerade was ansteht. Aber es sind ungefähr so zwölf Leute regelmäßig involviert, kann man sagen. Wir hatten zwischendurch ein paar Leute, die ein bisschen mithelfen. Aber ja, um die zwölf Leute. Ist es denn schwer in Deutschland Videospiele zu machen? Du wirst ja quasi im Indie-Bereich so ein bisschen tätig hier mit diesem Spiel. Das ist ja jetzt kein AAA-Blockbuster-Spiel. Ist es schwer, ein Projekt anzufangen von der Konzeptionierung und dann diese Ideen auch umzusetzen oder Leute zu finden, die einen eben finanziell unterstützen auch. Weil man sagt ja immer ganz gerne, dass Deutschland ja so ein bisschen das Spieleentwicklung hinterherhängt. Wie siehst du das? Die Sache ist die, also vom Start wurde jetzt speziell bei CrossCodes eigentlich quasi nichts gefördert. Das liefert alles über Optionen, die halt international verfügbar sind. Das ist halt Crowdfunding, Early Access. Das ist halt jeder, der bei Steam das machen kann, hat die Möglichkeit, das zu tun. Wir hatten halt überlegt, eventuell irgendwelche Gründerstipendien oder sowas zu bekommen. Aber das ist halt auch schwer, wenn man ein Spiel macht, weil die meisten Programme sowas wie existen. Da muss man halt wirklich mit Innovationen argumentieren. Also es stimmt schon insofern, dass es halt schwer ist, wirklich eine Förderung, also eine Finanzierung von so einer Entwicklung zu bekommen in Deutschland. Aber da ist ja momentan, ist ja die Politik dabei, irgendwas zu machen. Also speziell hier im Saarland, wo ich sitze, passiert sogar auch schon etwas. Es hat ja irgendwie 2017 oder 2018 wurden jetzt 100.000 Euro mal für die Spieentwicklung bereitgestellt. Was eigentlich nichts ist, weil mit 100.000 Euro kann man nicht wirklich viel machen. Vor allem wenn dann in der Praxis dann nur so Preisgelder von 10.000 Euro. Davon kann man vielleicht zwei, drei Monate entwickeln und dann ist das Geld weg. Das reicht nicht wirklich für ein Spiel, aber es ist zumindest ein Anfang. Gibt es denn noch irgendwie Pläne bei CrossCode, das für andere Plattformen umzusetzen? Ja, also da bekommen wir vor allem sehr viel Unterstützung auf so einem Publisher Deck 13. Die sind ja da dran, dass vor allem für die PlayStation 4, dafür wurde es auch schon announced. Das war ursprünglich für 2018 announced worden, aber das wird sich dann wahrscheinlich für 2019 verschieben, weil es doch ein bisschen komplizierter ist als erwartet. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, das Spiel ist in HTML5 geschrieben, was sehr ungewöhnlich ist für so Konsolenspiele. Konsolen unterstützen halt HTML5 nicht wirklich, da muss man entsprechend viel neu schreiben, umschreiben oder entsprechend Rapper entwickeln, damit das irgendwie funktioniert. Und da sind wir momentan halt dabei, da zu experimentieren. Bisschen, unser Publisher macht das für uns. Und ja, also PS4 sieht recht gut aus. Und ja, ich weiß, wie die Frage kommt, gefühlt alle zwei Stunden oder jeden Tag, die Switch-Version, da sitzen wir auch dran. Und ich fände es auch super cool auf der Switch, das ist halt nochmal eine Ecke schwerer, weil die Hardwind nicht ganz so leistungsstark ist. Und ich meine, es ist ein Pixar-Spiel, aber wie gesagt, Hardwind 5 ist halt leider recht anspruchsvoll. Und man muss entsprechend mehr machen, damit es auf der Switch auch gut läuft. Okay, sehr, sehr interessant. Wie sieht es denn aus jetzt mit nächsten Projekten? Gibt es da auch schon eventuell Ideen oder irgendwas? Oder habt ihr schon eine Roadmap, für was in Zukunft kommen kann nach CrossCode? Oder steht jetzt erstmal noch nicht auf dem Programm, weil du gesagt hast, es gibt ja auch noch, wir müssen noch Updates bringen und wir haben da noch so ein paar Ideen. Wie sieht es da aus in Zukunft bei euch? Bei uns hat sich jetzt schon seit, glaube ich, über einem Jahr, wenn nicht sogar schon über zwei Jahre hinweg, hat sich schon so langsam so Ideen gesammelt für nächstes Projekt. Und wir sind schon immer so dabei, so ein paar Sachen aufzuschreiben und ein paar Ideen zu sammeln. Und es wird mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder so etwas Ähnliches werden wie CrossCode. Wir wollen halt auf dem, was wir, wo wir uns aufgebaut haben, wir haben quasi ein Top-Down-Spiel gemacht. Das wird auf jeden Fall auf irgendeine Art so bleiben. Wir werden uns nicht auf Side-View wechseln zum Beispiel, weil wir halt diese Technik jetzt haben, ein cooles Top-Down-Spiel zu machen. Dabei bleiben wir. Es wird höchstwahrscheinlich auch wieder Richtung Action-RPG gehen, aber vom Setting her wird es sich wahrscheinlich ändern. Wir wollen versuchen, auch noch mal ein paar Aspekte vom Gameplay anders zu machen. Wir wollen da ein bisschen experimentieren, aber jetzt nicht was komplett Neues machen. Also wir haben halt schon, ich denke, für mich ist es vor allem, ich habe einfach mal Lust darauf, auch wieder ein anderes Setting zu machen, weil das MMO-Setting, auf der einen Seite ist es originell und sehr flexibel, auf der anderen Seite hat es auch einige Nachteile, die mich nach der Weile noch ein bisschen gestört haben und da hat man es mit anderen Settings ein bisschen leicht. Deswegen wollen wir auf jeden Fall gerne was anderes probieren. Was meinst du mit Nachteile? Was siehst du da so als Nachteil zum Beispiel? Es ist ein bisschen schwer, das zu sagen, aber ich vermute, es wird nicht so viel Spoiler. Der Punkt ist, das Problem ist, wenn man ein MMO ist, kann man einfach zu leicht argumentieren, dass absolut alles passieren kann, dass alles möglich ist. Einfach weil man so Sachen hat wie Hacking oder jemand macht irgendeinen Kram mit der Spielwelt, was einfach komplett unerwartet ist. Und man hat einfach zu wenig Constraints, also zu wenig Einschränkungen. Wenn man zu wenig Einschränkungen hat, dann fühlt sich alles, was passiert, da mit einem Zusammenhang, relativ inkonsequent. Im Prinzip kann einfach alles passieren, dass Schux mit ein Zultern, ja, ich meine, okay. Das ist halt so, wie man alles mit Magie argumentiert. Das ist halt, man kann das machen, es geht durch, aber es fühlt sich wirklich befriedigend an. Und das MMO-Setting hat einfach dieses Problem, dass es einfach zu viele Möglichkeiten lässt und damit irgendwie es schwer ist, so einen Plot zu machen, der so, sich so wirklich voll, der so richtig so, genau so reinpasst, wie man es sich vorstellt. Das war zumindest so etwas, was sich bei mir der Zeit herausgestellt hat. Okay. Felix, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Glück mit CrossCode, dass es richtig gut ankommt, dass ihr viele Leute findet, die Lust und Spaß an eurem Spiel haben und dass ihr noch weiterhin sehr viel Lust und Spaß an der Entwicklung habt, dass es in der Zukunft für euch gut läuft und dann eben auch neue Projekte realisiert werden können, sei es über Crowdfunding oder ihr findet einen Publisher, der euch unterstützt. In dem Sinne viel, viel Glück bei der Entwicklung noch und danke, dass du die Zeit genommen hast und ja, danke für das Gespräch. Ja, vielen Dank für das Gespräch auch. War super. Also, schönen Tag noch dann. Ciao. Ja, liebe Leute, da habt ihr es gehört vom Entwickler höchstpersönlich selbst. CrossCode ist jetzt dann erhältlich. Holt euch das Ding. Ich habe es auch schon ein bisschen gespielt. Bin noch nicht so ganz so weit, muss ich sagen, aber es ist wirklich sehr, sehr charmant. Herz aller Liebst, hat einen coolen Retro-Stil und wirklich, ja, eine ziemlich abgefahrene Meta-Geschichte, die am Anfang, wie gesagt, ein bisschen abstrakt wirken mag, aber einfach sehr gut passt und es spielt sich einfach gut. Und vor allen Dingen ist es ein Spiel aus deutschen Landen und das soll man da auch mal hin und wieder unterstützen. Musik 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 Musik